Ja, moin, moin und herzlich willkommen, liebe DEA und Nachtschattengemeinde. Heute, liebe Zuschauer, will ich euch gar nicht lange aufhalten, hab nur was Kurzes zu verkünden. All jenen unter euch, die mich immer wieder fragen nach meinem Werdegang, nach meiner Motivation, nach meiner Arbeit, nach meinem Leben, sei gesagt, dass jetzt entsprechendes in einem TV-Talk, in einem 40-minütigen TV-Talk mit Judith Noll verfügbar ist. Das Ganze kommt demnächst im Kabelfernsehen auf dem Sender SalveTV. Online ist es schon jetzt verfügbar. Und wenn ihr mögt, könnt ihr unten in den Shownotes in der Videobeschreibung einfach auf den Link klicken und euch diesen 40-minütigen Talk mit mir anschauen. Jo, ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns wieder zur nächsten DEA. Macht's gut und bis dann.